Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und dort gehen wir den Prädikatswanderweg sagenhafter Waldpfad. Diese Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Ich bin heute in Rheinland-Pfalz. Ich bin heute in Rheinland-Pfalz. Ich bin heute in Rheinland-Pfalz. Ich bin heute in Rheinland-Pfalz, aber in denen durch die Wanderung die Âu reinkommt. Musik 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 Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den weichen Waldböden. Das haben wir genossen. Von voriger Woche vom Panoramaweg St. Gwendler Land, da war ja sehr viel Asphalt. Highlight dieser Tour war die Elendsklamm. Die war richtig grandios. Leider konnte ich da nicht so viel filmen, da es ein Hotspot war und jede Menge Leute da waren. Naja, was soll's. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Sarah und ich sind heute unterwegs in Rheinland-Pfalz. Und zwar gehen wir da den Prädikatswanderweg Motorrad fahren. Ja, mir lieben Raser. Und zwar gehen wir da den Prädikatswanderweg Motorrad fahren. Vielen Dank.